Hallo, ich versuche jetzt ein One-Take zu machen, also nichts zu schneiden. Dann kann ich das nämlich einfach nur hochladen, so wie es ist. Und das ist jetzt wahrscheinlich gerade die schlechteste Qualität ever, aber es ist mir auch egal. Ich bin jetzt an den Punkt angelangt, ich muss mein Augenbrauen-Piercing raus machen. Das hat einfach keinen Sinn mehr. Es hängt jetzt ungefähr noch. Ich blende mal ein Bild ein, ungefähr hat es jetzt noch so 2-3 Millimeter, wo quasi jetzt noch Haut vorhanden ist, die diesen Stab festhält. Aber das wird jetzt von Tag zu Tag weniger und ich warte jetzt eigentlich nur noch auf den Tag, wo das Ding einfach nur noch rausfällt, weil mehr Haut ist nicht mehr da. Und es ist schade, es tut mir voll weh, aber ich werde es jetzt einfach rausnehmen. Ich glaube, eine Narbe oder so wird wahrscheinlich sowieso bleiben, ob es jetzt von alleine rausfällt oder ob ich das jetzt einfach so rausmache, keine Ahnung. Ist mir aber auch egal. Aber voll traurig, dass der Moment jetzt gekommen ist, dass es raus muss. Aber ich will es auf keinen Fall in der Arbeit verlieren. Ich habe dann schon so Trauma, irgendwie stelle ich mir schon vor, wie ich gerade am Kunden bin und dann fällt mir dieses Augenbrauen-Piercing raus und dann, oh mein Gott, keine Ahnung. Oder ich reiße es mir vielleicht doferweise raus. Also es ist jetzt schon extrem wenig Haut noch vorhanden. Und wenn ich da jetzt irgendwie, manchmal ist es ja so, dass man sich, auch wenn man noch so gut aufpasst, beim Gesicht waschen, beim Haare kämmen, beim, wenn ich, ich mache oft den hier. Dann letztes Mal habe ich mir so blöd hier, habe ich mich so, naja, ihr wisst schon, das so blöd mitgenommen mit der Hand. So, das hat es so weh getan. Ich dachte kurz, ich habe mir alles rausgerissen. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sage, jetzt mache ich es lieber raus, weil ich sehe schon irgendwas kommen, wo es genau so passieren wird. Es ist echt, es ist so traurig, sich von Piercings zu verabschieden, wenn man es eigentlich nicht will. Ich habe schon öfter mal Piercings rausgenommen, aber sowas fällt mir halt immer übelst schwer. Aber hier sehe ich halt jetzt echt keine, kein, es nützt nichts mehr. Deshalb muss es jetzt raus. Scheiße. Ich habe jetzt schon beim Aufmachen Angst, dass ich, bevor ich die Kugel abbekomme, noch eher dieses kleine Stück haut. Ne, die Kugel saß ziemlich locker. Das Wasser, das man im Hintergrund hört, ist ein Katzenbrunnen. Ich bin so, by the way, nein. Nein. Es ist so traurig. Ich bin jetzt echt traurig. Oha, das sieht echt scheiße aus. Ja. Ja. Ja, hm, mal gucken. Ich hoffe, das Rote geht noch weg. Ich denke mal, dass ich, wie hier, ich hatte ja hier schon mal so unser Face Piercing, hier ist ja auch so eine Narbe geblieben. Ich denke, das bekomme ich hier eben auch. Und jetzt ist es noch ziemlich rot, aber das wird schon weggehen. Es ist traurig. Es ist sehr traurig. Rest in Peace, Augenbrauenpiercing. Aber was ich auf jeden Fall cool finde, ohne das Augenbrauenpiercing, ich freue mich jetzt schon, richtig Augenbrauen wieder aufmalen zu können. Also da musste ich tatsächlich immer gucken, dass ich nicht zu nah ans Piercing dran male, weil ich das ja auch wieder abschminken muss und dann nicht unbedingt über das Piercing drüber gehen will. Da kann ich mich wieder austoben. Auch beim Augenbrauen zupfen war es ein bisschen umständlich, da herum zu zupfen. Das ist jetzt auch, weil ich mache die oberen Haare immer mit dem Messer so weg. Und das ging halt hier nicht mehr. Das geht jetzt auch wieder. Und generell beim Gesicht waschen. Also mit diesen Piercings habe ich absolut keine Probleme. Da kann ich ja drüber gehen. Alles okay. Aber hier kannst du halt echt nicht Augenbrauen. Bei manchen ist es nicht so. Aber bei mir, wo ich ja eh dazu tendiere, dass diese Piercings eher so rauswachsen bei mir, ist es halt immer so, die sind ständig entzündet, tun immer ein bisschen weh. Also dieses Augenbrauenpiercing war ja wirklich dauerentzündet. Das war ja also nicht so schlimm, dass man gesagt hätte, oh Gott, das sieht schlimm aus. Aber es war halt immer, irgendwas war immer. Und deshalb ist es halt jetzt auch rausgewachsen. Das liegt aber nicht am Mangel in der Pflege. Ja, das ist halt bei mir einfach so. Das war hier schon so. Und das war hier bei diesem, so Face Piercing, schon so. Manche haben Glück, manche eben nicht. Und ich freue mich aber jetzt schon wieder, wieder richtig mich auswaschen, so Gesicht waschen zu können. So richtig, ohne immer. Ich musste immer so hier und dann hier so ein bisschen drumherum. Und da kann ich jetzt wieder loslegen, auch wenn es trotzdem traurig ist. Es hat Gott sei Dank nicht so viel gekostet, dass ich, was aber jetzt nicht daran liegt, dass es nicht gut gestochen war oder so. Das auf keinen Fall. Aber ich habe das in so einer Piercing-Aktion ja bekommen. Dazu gab es ja mal ein Video auf meinem Hauptkanal, wo ich da so diese Story erzählt habe zu dem Augenbrauenpiercing. Und ja, es war, es ist okay. Es war jetzt auch nicht so, dass ich übelst viel Geld dafür bezahlt habe. Von daher, okay. Immerhin kann man mal sagen, man hat das auch mal gemacht. Das ist immer so. Ja, das nehme ich halt immer mit. Einfach das mal gemacht zu haben. Das mal gehabt zu haben. Ja, das war es jetzt auch schon. Ich wollte das irgendwie festhalten. Ich habe mir das die letzten Tage schon so gedacht. Wenn ich das raus mache, dann muss ich das mit Kamera festhalten. Und das habe ich jetzt gemacht. Rest in Peace, Augenbrauenpiercing. Ich werde dich vermissen. Manchmal. Oft. Nicht immer. Aber oft. Okay, das war es. Also dann, tschüss.